Irgendwann rückte mein Abschied vom Berufsalltag im Sender vom Horizont in die Gegenwart. Ich hatte mich vier Jahre vorher bereits mit meinem Termin, die ganz intensiver befasst, mit diesem Vorgang als eine geschätzte Kollegin aus dem Beruf zu verabschieden war. Und dann stellte ich mir vor, wie es sein würde, wenn ich dann mal so weit wäre und nahm so in einem für sie geschriebenen Lied gedanklich vorweg, was mir bevorstand und habe das dann im Sommer 2013 auch genauso erlebt. Geh tief rein. Das ist das Lied, das auf meinem YouTube-Kanal mit Abstand am meisten angeklickt wurde. Ich glaube, das sind mittlerweile 20.000 Mal. Das scheint viele Leute zu bewegen und es heißt Ausstand. Schreibtisch geräumt, Kartons schon lang gepackt, Keine Reden gehört, all die Wände so nackt. Dies Telefon schrägt jetzt nur andere noch auf. PC runterfahren, den fährt bald irgendwer rauf. Der Schreibtischstuhl von deinem Arsch abgewitzt, wird nun aussortiert oder anders besetzt. Das Mobiljahr längst mit dem Jahr abgenutzt. Der Teppich bleibt, unübersehbar beschmutzt, wohl und offen. Geld, der Schrank, an der Wand, der Blicktaste drückt. Hohl und offen. Gehnt der Schrank an der Wand, der Blicktastet rund, dabei nichts in der Hand. Was war, ist vorbei, jetzt sprengt der Himmel um den Kopf. Handchen überflüssig, wie ein lästiger Kopf. Regale entlastet, stand sowieso zu viel drin. Schubladen leer, wo kommt, was drin war nun hin. Freude und Wehmut, Bitterkeit, Zorn und Glück, nie mehr sehen wollen die einen. Andere wünscht man zurück. Hunden vernarben, manche manchmal noch juckt. Manch wort auf der Zug, grad noch runtergeschluckt. Manches verblasst, wie schnell man doch vergisst. Mancher bleibt unvergessen, weil man manchen vermisst. Worte heilnach zu viel gehört und gesagt. Rasch verdrängt, was man beschwor und beklagt. Wer hat Wasser gepredigt und besorgt sich mit Wein? Selbst ein Rad im Getriebe, aber so oft allein. Das ist ein Rad im Getriebe, mit Wein. Musik Kopf hoch und aufrecht und die Brust durchgerückt, viel zu lange gebuckt wird, lange nur auch gebückt, aus Morgenrot setzen, auch wenn Abendrot glüht, und sehen, was schon immer im verborgenen Blüht. Licht ausgemacht, schließt die Tür hinter dir, Schlüssel, lass stecken, was hält dich nun noch hier? Treppe hinab, durch den Ausgang hinaus, den Ballast, lass zurück, dann bist du fein raus. Applaus 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 Applaus